Entschuldigung für diese Unterbrechung. Ja, wir mussten ganz kurz aufhören. Das war ein wichtiger Sush. Ja. Warte, hier ist einfach die Maxi-Tomate. Meine, meine, meine. Mein Sticker! Guck mal, ich nehme die... Ich wollte die Maxi-Tomate. Tatsächlich, ich habe es voll drauf, das andere. Ja, das ist... Prost, Prost, nicht so wie bald. Ey, ey, ich... Und sie kann so segeln, das ist toll. Stimmt. Nix. Machen wir so. Wieso ist der Akkro-Typ da wieder da? Scheiße, der Klick ist genauso wie ein Messerfahrt. Warte, warte, warte. Tschau. So geht das. Velomini-Statue! Hier, guck mal. Warte. Und sie kann so mit Golf... Oh! Das ist der Überhammer. Ja, wenn man Pech hat, passiert das und das hier macht so. Das macht keinen Schaden. Wenn man aber Glück hat, bleibt der Hammerkopf da dran. Es gibt doch goldene Hämmer. Ja. Die sind heftig. Die killen dich sofort fast. Ja, ey... Was ist denn mit einer Bratpfanne hauen? Das ist was? Ja, gut. Bäm! Oder Bratpfanne und Tennis-Näger. Wir hier mal zu den verhauen, der... Ich gebe den Herz, Kirby. Ich gebe den Stern! Ich gebe den Stern! Aber das mal hinermachen. Ich möchte den Bäm! Und... Herzchen! Oh! 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 Froströbe! Oh! Hast du noch mit einer Bratpfanne getroffen? Ja, natürlich. So voll Puzzle. So voll Puzzle. Ich bin ein kleines Girlie. Und wenn du auf die Kamera guckst und siehst da oben rechts ist... Hier, es kann schon... Prinzip ist kannst du schweben und dann nochmal so schweben. Ach, das ist das Level. Oh, ich hasse das Level. Wo bist du? Hier oben. Oh! Irgendwie... Nein! Klar! Irgendwie benutze ich ein bisschen oft meine Rettungsattacke. Ähm... Das plus Dings. Oh, warte! Darf noch... Ah! Nice! Da! Magst du noch weiter nimm? Ich... Ich nimm mal das Hot Curry, ne? Ja. Dann kannst du die Statuen wie episch die ist. Dann kann ich... Dann speichst du Feuer. So... Warte! 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 Und jetzt kann ich so... Bäm! Tschüss! Ja! Ist klar! Ja! Und du? Nein! Ja. Okay, das war... Alter! Ich hab' ihn getötet! Oh, Mimsels! Das sind die unimpzigsten Gegenüber! Ja! Die sind so klein! Man trifft sie nicht und die machen nicht so fertig! Und... Die haben Spawnlocher. Das muss man erst zu stören. Ja, aber es gibt viele gegen Spawnlocher. Davor kommen die immer wieder. Also... Ja, okay. Aber die sind die nervigsten. Ja, also ich werd... Meine Erstgegner! Ja, das passiert zu einem Boom-1-K-O! Kannst du die Teile noch ein bisschen? Ja, das ist Essen! Scheiß drauf! Wie viel Essen? Ja! Ist klar! Ja! Da, von... Hey, wo ist ein Poker? Ey, komm mit! Stört mit im Sinne! Komm mit! Ja, ist klar! Ja, da oben muss noch ein bisschen... Ja! Den ich kriege? Nein! Nein! Neiiiin! Nein! Machen wir. Das sind zwei Spawnlöcher. Äh. Wie lange ist denn das jetzt schon? Was? Ach, wir machen das. Der Part. Ach, da musst du halt ein bisschen weg. Der Part ist jetzt 3 Minuten 27. Oh. Ja, wir hatten einen neuen Part angefangen. Ach, genau. Wollen wir ihn jetzt schon fahren. Ja, genau. Ja, dann machen wir das aber doch zu Ende. Boah, wie ich den mit meinem Schirm wegge... Und? Nein! Und du? Jetzt musst du das alleine zu Ende machen. Ja, töd mich doch. Ich schaffe es schon. Jetzt packst du schon an. Hust Kinderriegel Werbung. Hust. Ey, wie du? Ja. 100. So ist es am leichtesten. Ja. Rush einfach runter. Kommt doch gleich hin. Ist klar! Topspeed! Ich kann natürlich auch mit Kirby spielen. Das ist mein Name. So ein Zweitmane. Aber ich glaube, ich kann mit Kirby am besten spielen, oder? Nein. Also ich bin mit Kirby am besten. Oder findest du, ich bin halt... Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Nein! Nice! Nice! Oh, ich weiß, du musst doch einen Schnetzel, glaube ich, besiegen, oder? Nein. Ja? Du bist down. Da kommt ja nicht früher! Ja, okay. Scheiße! Und das ist jetzt noch ein Wettel-Level? Nee, äh... Irgendwie, um sich gerade checken und zu suchen. Ja, äh... Ach nee, wir können ja gar nicht gehen irgendwann gehen, ne? Nee. Doch, wenn man jetzt da in diesem Loser-Bildschirm sagen würde, nee, wir wollen es nicht mehr suchen. Nee, das machen wir jetzt. Doch. Doch! Durchroschen! Alles ehrlich? Wir machen jetzt gar nichts, okay? Wir haben so gut wie das komplette Level gezeigt. Nach dem Schnetzeln ist nämlich Schluss. Ja, aber trotzdem zeigen wir das. Lass uns mal sehen. Oh... Ja, ähm... Mach mal die kleinen Miesels, die Trottel. Und ich kann so... Ping! Ja, die Kroll hier... Ja, mach das doch mal hin! Ja! So, hier, guck! Rübe auf Doom! Ach, schade. Rübe auf Doom! Hast du gesehen meine Rübe? Hat alle Miesels... Nein, ich guck gleich dort! Wenn du die Charaktere anhörst, dann kannst du schon... Uuuuh... Uuuuh... Schmeiß ich töten! Durchraschen? Durchraschen! Warte mal, gibt der nicht den Hammer? Einfach hier mit den Hammer! Du lässt dich von Miesels verprügeln! Ja! Das ist auch sehr heftig, so übrigens, wir werden hier öfter mal failen, weil es halt... Das ist das dritte Level, oder? Nein, es... Ja... Nein! Fuck! Ich... Ich hab da Platz gedrückt, wo... Der hätte... Eigentlich ist für diese Stelle der Stern gedacht. Das ist die... Oh, ich bin ja hier. Das ist die Clan, oder? Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Alter! Ich mach mal eine Unten-Attacke, aber der darf die nicht machen! Oh, ich mach's also so Herz, ne? Herz noch... Doom! Oh! Ey! Miesel-Stattu! Toll! Warte, können wir den Schnetzel? Oh, ja! Bitte! Sag! Okay, komm! Komm! Ja, komm! Du musst dich beschützen! Du bist der Mann! Ich glaub, Kobi ist ein Mann, obwohl er pinkel ist! Komm! Bin ich tot? Ja, aber ich hab mein Dingsfeld dabei! Komm! Du weißt schon, dass dieses Leiter dafür gedacht ist, dass du dich irgendwo unterstanden hast! Ja, nö! Muss man aber nicht! Nicht? Ach! Ja, weil du musst es nicht! Hast du recht! Ja, muss man eigentlich auch nicht, wenn ich hier runterfallen! Ja! Scheiße! Ja, okay! Wir haben... Genau wie eben! Ey, guck mal, wie viel Damage das macht! Jetzt hier! Wow! Ey, hier guck! Bam! Hast du gesehen? Und das ist die Spur-Attack! Das ist ein Antimitribuch! Ja, das wollen wir nicht wissen! Ja, vom Samus auch an! Ach! Stage gemeistert! Okay! Oh, wie viel wir haben, ey! Wir haben einen Blickfisch! Als Start! Ein Blicksch! Ein Blicksch! Ein Blicksch! Nein, das ist kein Blickfisch! Sieben Minuten! Wie lange braucht der Dschungel? Der braucht ziemlich lange, ne? Jeder dachte, 8 Minuten dauert doch kein Sweet! Obwohl die jetzt jetzt auch 7 Minuten dauert! Echt, ey! Und jetzt kommt die Story! Ja! Deswegen ja! Ja, fleißig sein! Der arme Pils! Der arme Schildkröle! Der arme Schildkröle! Ja! Wie ich schon gesagt musste, aber die soll man sehen, du, ne? Jetzt kommt gleich der Burner, ne? Der ist ja nicht cool, ne? Gleich kommt der coolste Charakter! Ja! Nein, ich mag den nicht! Also, ich kann nicht mit ihm spielen! Obwohl... Trollolol! Weißt du noch, der Fein? Ah, ja! Ja! Der ist, der ist der Troll-Champion! Überhaupt! Erfst du dich so toll! Ja, so! Cool! Diddy Kong! Diddy Kong! Er ist natürlich auch zu geil! Hm! Sind auch so mit... Ja! Punkt! Und jetzt so! Bam! Gar nicht überziehen! So, ergeziehen! Ja! Also, gar nicht überziehen! Ja! Ja! Entweder willst du sein! Ja! Der hat Diddy! Ich wollte Diddy! Sag, du kannst mit dem nicht! Ich kann mit dem nicht! Ich kann mit dem nicht! Obwohl! Obwohl! Aber ich mag ihn wirklich nicht, weil er so laut ist! Die ist toll! Hier, guck mal! Er kann so hoch! Das coole ist! Guck mal! Wie hoch er dann kommt! Mach hinne! Mach hinne! Guck mal! Er kommt so hoch! Wui! Nee, warte! Jetzt müsste er Luft machen! Jetzt! Wui! Der kommt dann so hoch! Diddy ist dann zum Beispiel eine Affenklatsche! Affenklatsche! Aber der haut so rein! Mann, er ist ein Krat! Nimm dir auch mal hier ein! Ich hab dir Essen gemopst! Nimm dir mal einen! Oh, die sind cool! Musst du ja auch wieder rausspringen! Bamba! Ich bin ja wütend! Ganz lustig! Wie ist das einfach vollgekommen? So macht man das! Fick dich! Ja! Kann ich auch! Nerv! Was war denn das denn? Voll episch! So! Bahn! Runter da! Was war das? Seid schon gut! Was war das? Bahn! Ich weiß nicht! Das war irgendein Programm! Lüse! Äh, Lüse! Äh, wieso? Nein! Du! Danke! Ja, ist voll drauf, ne? Hier übrigens, man kann auf die Gummasse drauf springen, dann sind wir hier nicht drin, was? Hallo? Ja! Wo denn? Da! Aha! Ich bin gut! Du! Oh, das war gerade richtig, ne? Oh, ich bin gut, ne? Oh, ich bin gut, ne? Bahn! Auf den Klatsch! Auf du! Die ich das überhaupt nicht brauche! Nö! Brauchst du doch nicht! Hast jetzt 42 Prozent! Die Dinger kamen hier so... Ja! Die Kugeln? Die kamen so... Ah, nein! Schon haltet ihr das nicht so... Umso stärker die Attacke, umso, ähm, Dollar kamen die halt so anschlupsen. Hier ist ein Sticker! Boah! Geil! Also, unser nächstes Netzplay werden dann wahrscheinlich... Ja! Und, äh, ich dachte noch an... Ja! Also, falls ihr es nicht sehen wollt, können wir natürlich in die Kunde stecken, ne? Ähm, ich dachte noch an Curves Adventure! Weak! Supercodes nice! Ja, ne? Bamm! Boah! Weil es ist ja auch... Oh, nice! Weil es dauert nicht so lange, noch zu spielen. Aber ich würde nicht sagen 100 Prozent! Ich habe 100 Prozent da gemacht, und das ist... Okay, das geht eigentlich... Äh, hier oben ein bisschen... Sieg gut! Sieg gut, in Anführungszeichen! Also, äh, ich hätte auch noch gedacht, ich würde mein Hotgold-Spiel neu starten. Hotgold? Ja! So abwechselnd dann... Spiele, ne? Ja! 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 Die hab ich jetzt gebraucht! Ja, ich hab sie ja auch gelassen, ne? Alter! Ja! Denken kann sich so an die Wände... Äh, heften wie Flughorn-Mario, ne? Ja! Hat er eben noch gemacht! Ja, ich weiß! Das kann eigentlich jeder! Oder fast! Viele! Viele! Äh, hält sich mal! Äh, ja, äh... Die hat die Attacke so... Bam! Die haut so rein! Hier, ihr seht ja auch... Mach immer so Instant... Laser-Kanone! Instant-Kill! Ohne den Instant! So... Ja, ich wollte sogar in der Nähe... Oh, weißt du nicht... Donkey Kong Returns... Wie du immer nicht die Dinger da kaputt gemacht... Kommt... Bam! 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 Hammerbruder! Oh, ich... Den ersten Mario-Spieler... Weißt du, wie heftig da noch... Hammerbruder war... Ja, die waren so heftig! Die hat... Die haben um jede Sekunde so... Äh, schon... Ich hab die Kande... Jetzt sind sie ja noch... Also jetzt... Ja, ihr seht ja, wie luschig die eigentlich sind... Und halt noch nicht wirklich... Wir kacken hier... Habe ich's bekommen? Nein, ich... Nein, das... Ich töte die meine... Und... Hier... Und was ihr auch eben in der Story... Burn, Baby! Was ihr eben noch in der Story gesehen habt... Nein, ich hasse Google-Wallace, wir sind so böse! Was ihr eben in der Story gesehen habt... Ich kann das auch, ne? Ey, ey! Boom! Ich bin gleich tot! Ich bin tot... Nein... Boy! Jetzt! Dass du... Dass du nicht getroffen hast, Leila! Dann hättest du nur dein Leben retten können! Danke! Was ich noch mal zeigen will... Okay! Daddy Kong kann verkacken, der ist ein Schuss! Ja! Und dann macht... Bam! Hier! Nimm den! Oh! Echtig! Oh! Äh... Wie, äh... Willst du da reingehen? Komm, ich lass dir hier vortritt! Ladies first! Oh! Wie sind da, was du voll nicht reingehen wirst? Ich... Ich kann mit Donkey Kong echt nicht spielen! Äh, nee! Ach, ein Klatscher! Ey, du musst da runter! Oh ja, das haben wir dann gespielt, ne? Er hat so gesagt, so aus Spaß, so... Ich muss da runter! Ja, und er hat so ein bisschen den Tod gesprucht! Ja! Tönt mal hier ein paar Dingern! Oh, hier ist eine... Pokémon-Träger! Nein! 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 Ich lebe! Ich lebe! Ja! Du hast so glückt! Ne, du hast aber nicht Spieler 2! Ja! Meineswegen! Komm ich... Boah! Jetzt! Gong Kong so übelst fett! Ui! Und ihr seht trotzdem! Ey, guck dir meine fett die Gubile an! Ui! 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 Du hast doch keinen Zugschirm oder so, ne? Nö! Du musst auch runter! Was soll ich tun? Jeder rennt die verdammte Tür rein! Ich will das nicht! Ja! Ja, wir machen wahrscheinlich... Warte, was nochmal? Donkey Kongs! Ach, genau der! Der! Affe! Oh nein! Ich hasse... Hasse die Steuer! Nein! Ui! Ui! Nein! Nein! Wollen wir nochmal rein? Nein! Hier kannst du einfach drauf springen! Das macht ihm so viel der und der Lunge! Und die Dingern sind auch ganz gut! Oh, mach dir riesengumma damit! Das geht bei dem nicht! Okay, dann Schatz gehts bei großen geht man nicht! Ja, da gehts bei Schmerzen auch nicht, ne? Nein! Oh, hier! Schlag da mal ganz oft gegen! Mach ich jetzt mal! Mach! Geh rein! Und dann macht so BAM! Also... Dann werden wir sterben, ne? Dann macht so BUM! Ne? Ach, wir haben ja gewonnen da, ne? Jo, also wie lange das geht? Oh, bereits! Äh... 14 Minuten! Ich würd sagen... Ja, nach dem Lange kann man ausmachen! Ach, genau! Ah, noch sorry! Jetzt bitte! Das... Er lacht gleich noch so unnötig, weil er die Handel so kommen hat, ey, ne? Das war ganz gut! Ey, wie übelst du Spoiler hast! Das habt ihr einfach gerade nicht gehört, ne? Überhört das einfach! Und jetzt so? Auch voll wie brutal! Und dann so BAM! Stirbt! Und... Er stirbt! Ja, diese Kanonemacht habt ihr ja schon bei Zelda gesehen. Einen zu einer Statue und dann kam ein ganzes... Was ich jetzt nicht verstehe, er nimmt den ja so und geht damit weg! Ja, ne? Aber der wird ja nicht... Die Figur bei der Lugier! Und dann Falco Assault! Okay, ähm... Weiß! Ja, ich würd sagen... Hier drücken wir auf den rechten Knopf, da siehst du... Da, dieser... Den roten? Ja, okay! Okay, tschau Leute! Ja, tschau! Bis zum nächsten Mal!